Untertitelung des ZDF, 2020 Und rüber, auf den Flügel Der Ball kommt Jetzt ist er drin Nichts auszumachen, hinten aushelfen zu müssen Er macht das gerne, stark von Jarmolenko Kompliment auch an den Trainer Er hat auch seinen Stürmern gesagt Treffer, versenkt Und die Flanke Wie der sich hochschraubt Und raus, auf die Seite Und rein damit Er will die Situation nutzen Da ist die Möglichkeit Hier ist Jarmolenko Jetzt aber Da ist die Chance Er versucht ihn da durchzuspielen Er versucht den Ball in die Gasse zu spielen Und noch Er hält drauf Ein echter Reaktionstest Der Ball in die Gasse zu spielen Der Ball in die Gasse zu spielen Der Ball in die Gasse zu spielen Der Ball in die Gasse zu spielen